hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute will ich euch einmal den item shop zeigen nach dem neuen update was heute rauskam 2020 so gehen wir mal ganz nach oben das ist die erste seite die rote retterin ist wieder da die war letzten monat auch drin also genau nach einem monat ist sie wieder zurück gut aus so die zweite seite die täglichen was reingekommen ist und zu guter letzt einmal die ganzen bundel sonderpakete so das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen aktiviert auf jeden fall meinen creator code irb den zeige ich euch einmal jetzt hier vor wenn ihr was aus einem alten shop kauft damit könnt ihr mich auf jeden fall unterstützen darüber werde ich mich sehr freuen viel spaß